Hallo und jetzt weiter geht's mit Genshin und vorletzter Tag der Aktion ist angesagt und wir müssen hier wieder durchspielen und dann einmal kämpfen so wie die ganze Zeit davor und dann wird noch mal ein Kampf okay müssen wir noch einen Tag warten ist klar ich würde sagen wir machen die beiden Teile hier einmal kurz zusammen und dafür müssen wir an die folgende Stelle und zwar genau hier hin und das spielen wir jetzt einmal zusammen durch würde ich sagen ich bin gespannt ob es diesmal auch relativ einfach wird oder nicht so einfach okay da läuft ja ein bisschen durch die Gegend dann hierüber dann den Apfel dann den nehmen der läuft wahrscheinlich jetzt noch da hinten hoffe ich zumindest gut ja und dann hierüber dann zu den da oben wollte ich ja passt erwischt nicht zu früh müssen warten bis er in die andere Richtung läuft okay dann machen wir den ich hoffe die machen wir nichts können die machen wir nichts schon gut gehen hier über rechts dann haben wir mal hierüber und dann den aktivieren und warten bis zu laufen dann erst drüber hier hin dann da in den Ballon nächsten Ballon ähm okay hier das Feuer so dem rüber dann den aktivieren darüber der läuft los der ist ein bisschen weiter das wäre es eigentlich schon okay das ist akzeptabel würde ich sagen knapp zwei Minuten aber ist in Ordnung und dann gehen wir jetzt einmal fighten zum letzten mal dafür können wir direkt hier rüber porten wie vorher auch und gehen direkt hier in den fight ich bin gespannt was diesmal gibt wie gesagt das haben wir erst in einem tag freigeschaltet ich mache das wieder einzeln dann kann man das besser sehen was der kann wenn wir jetzt zwei minuten zeit um den okay wir brauchen hier einen angriff aus dem fall ich hoffe da taucht irgendwas auf ansonsten müssen wir neu starten dann muss ich mein team ein bisschen anders aufstellen also okay ja okay ja braucht man das team nicht umstellen sondern er macht so ein dann wünscht du es nach oben dementsprechend ist das gar kein thema hier man kann alles hier rein nehmen was man möchte ja machst du was? point okay jetzt fängt er wieder an und die lockwelle wieder hier rein okay das müsste es jetzt gewesen sein okay das war jetzt auch relativ simpel okay schön schön dann hätten wir das meiste jetzt geschafft bis auf die letzte sammeln wir eben nach die belohnung hier einmal allein komplett erfüllt und hier auch einmal komplett erfüllt okay schön schön ich würde sagen danke fürs zuschauen tschau tschau bis zum nächsten Mal